Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Richtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Starns wird das alles in Ordnung kommen. Mit dem eigenen Blut werden Sie bezahlen! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Verrat! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Was soll das heißen? Er ist Himmlers adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Das ist der Versager, das ist der Schmarratzer. Er ist der Schmarratzer-Gültar-Gültar-Gültar. Hallo? Fahrrad! Hi. I'm pat vanillafout bitch! Ah! Patata! For lack of my episode! Bring it to me! Hello? Stop alive! Patata! Ah! 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 Vielen Dank.